Vor 100 Jahren gab eine einzige Idee den Startschuss für unsere Mission. Caldewey Stahlemail. 100% kreislauffähig und plastikfrei. Seit vier Generationen geben wir seither unser Wissen weiter und verwandeln nachhaltige Rohstoffe in langlebige, luxuriöse Badlösungen. Made in Germany. Produziert in unserem Werk in Aalen. Kreiert für die höchsten Kundenanforderungen. Und genau für Sie als unsere Kunden gehen wir zurück zum Point Zero und denken die Produktentwicklung noch einmal völlig neu. Eine absolut bodenebene Dusche. Von drei Seiten begehbar. Mit höchstem Designanspruch. Stolz präsentieren wir Ihnen unsere neue Duschfläche. Superplan Zero. Herzlich willkommen zur Premiere der Caldewey Superplan Zero. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Die Superplan und die Superplan Plus waren Vorreiter Ihrer Zeit. Bis heute stehen Sie für die Evolution der emaillierten Duschfläche. Doch in einer immer stärker sich wandelnden Welt ist es Zeit für einen neuen Meilenstein weiter in Richtung Zukunft. Denn die neue Duschfläche Superplan Zero vereint wirklich alle Eigenschaften für ein bodenebenes Duscherlebnis. Sind Sie bereit für eine neue, revolutionäre Duschfläche? Martin, was war die Ausgangssituation bei der Superplan Zero? Bodenebenes Duschen ist seit Jahren ein Megatrend. Wir wollten ein Produkt entwickeln, was alle Kundenbedürfnisse in sich vereint. Wir haben geschaut, was für Sie am wichtigsten ist. Absolute Schwellenlosigkeit, minimalistisches Design, eine harmonische Integration in die Bodengestaltung, eine breite Abmessungsvielfalt für die Flexibilität in der Planung und eine einfache Handhabung bei der Installation der Duschfläche. Um all Ihre Bedürfnisse in einem Produkt zu vereinen, sind wir bereit gewesen, alles neu zu konzipieren. Sowohl das Design als auch die Produktion. Wir sind an den Anfang, also an den Point Zero gegangen und haben alle Prozesse hinterfragt und neu gedacht. Du sprichst von neuem Design und neuen Produktionsprozessen, aber wie nachhaltig ist die Superplan Zero? Wie all unsere Produkte besteht auch die Superplan Zero aus Stahl-Email. Hochwertigster Stahl veredelt mit der Oberfläche aus Glas, dem Email. Es ist 100% kreislauffähig, es kann immer wiederverwertet werden ohne Qualitätsverlust, es ist hygienisch und plastikfrei. Außerdem reduzieren wir sukzessive unseren CO2-Ausstoß, denn unser Ziel ist es, klimaneutral zu werden. Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sie müssen die Superplan Zero erleben. Euch ist es gelungen, von der Entwicklung bis hin zur Produktion sehr schnell große Fortschritte zu erzielen. Was genau ist an der Superplan Zero so revolutionär? Die Superplan Zero ist supereben und von drei Seiten schwellenlos begehbar. Der besonders wandnahe Ablauf und das gleichmäßige Gefälle sorgen für eine durchgehend ebene Standfläche. Klare Kanten und spitze Eckradien sorgen für minimale Fugen und machen die Superplan Zero eckig wie nie. Die Aufbauhöhe ist um bis zu 25% geringer und sorgt für einen leichten und bodenebenen Einbau. Gerade auch bei Großformaten können diese ohne größere Aufbauhöhe installiert werden. Es gibt über 50 Abmessungen in Kombination mit den Caldewey Farb- und Oberflächenvariationen. Und was war euer Ansatz beim Design der Superplan Zero? Minimalistisches Design mit Zero-Kompromissen. Unser Fokus lag vor allem in der Qualität der Nutzung, in der großzügigen Gestaltung und in den nahtlosen Übergängen für kleine, aber auch für große Bäder. Wir haben bei der Superplan Zero auf alle Details geachtet und machen auch beim Design keine Kompromisse. Superplan Zero ist für uns aus Designsicht eine Symbiose aus einer Flexibilität. Fläche und einer Wohlfühloase für den Nutzer. Gutes Design schafft exquisite Lebensqualität. Langlebig, nachhaltig und friendly. Das müssen sozusagen freundliche Welten werden, die wir kreieren als Designer. Ohne Material können Designer nichts verarbeiten und die Qualität des Materials hat großen Einfluss nachher auch auf die Qualität des Endprodukts. Design kreiert ja mit die zivilisatorischen Entwicklungen, deswegen ist da eine große Verantwortung vorhanden. Also das ist aber auch schön, dass wir da mitwirken als Designer. Am besten ist es natürlich, wenn Design ewig hält und wenn man über langlebige Produkte reden kann, dann kann man sich glücklich schätzen, auch wiederum als Unternehmer. Stalle im Mali ist für uns als Designer ein tolles Material. Es kann umgeformt, verformt werden. Also es ist kein flächiges Material, sondern wir können damit ganz dezidierte Formen kreieren. Es ist eigentlich ein schönes Spielfeld für uns. Das Produkt überzeugt natürlich durch die ungewöhnliche Sachlichkeit. Es ist nichts zu viel dran. Und Werner Eislinger macht oft Dinge, die durch eine schlichte Eleganz überzeugen. Und ich glaube, das ist hier bei diesem Produkt voll und ganz gelungen. Mal abgesehen von den neuen Eigenschaften und von dem minimalistischen Design hebt sich die Superplan Zero vor allem auch durch den Produktionsprozess ab. Nimm uns mal mit in die Produktion, liebe Elke. Wie genau entsteht die Duschfläche? Ja, sehr gerne, Andrea. Aus Stahl mit exzellenter Güte werden zunächst die Superplan Zero Rohteile hergestellt. Darüber hinaus sorgen hochautomatisierte Fertigungsverfahren bei uns für eine gleichbleibend hohe Qualität. In der Entfettung werden die Rohteile optimal auf die folgenden Prozesse vorbereitet, damit Stahl und Emaille sich verbinden können. Nach der Grundemalierung wird eine zweite Emailleschicht aufgetragen, je nach Kundenwunsch weiß oder farbig und bei 850 Grad im Ofen gebrannt. Das dafür verwendete Emaille wird bei Caldewey entwickelt und nach einer firmeneigenen geheimen Rezeptur hergestellt. Dünn aufgetragen wird die Oberfläche dann besonders schlagfest. Der komplette Produktionsprozess unterliegt strengsten Qualitätsrichtlinien, die stets überprüft werden. Und so hält die Superplan Zero ein Leben lang. Seit der Gründung 1918 hat Caldewey hunderte von Produkten kreiert. Warum habt ihr den bestehenden Produktionsprozess genau jetzt hinterfragt und neu gedacht? Der Trend zu großformatigen, bodenebenen, begehbaren Duschlächen war Anlass für unser Expertenteam, hier komplett neue Wege zu beschreiten. Das Ergebnis ist ein patentierter Herstellungsprozess. Mit diesem können wir die Kundenanforderungen nach geringen Aufbauhöhen, geringem Gefälle und großen Formaten mit unserer Materialität Stahl im Meil optimal umsetzen. Die Superplan Zero erfüllt alle Anforderungen an die Installation im Neubau, aber auch in der Renovierung und Sanierung. Weltweit ist der Bauboom derzeit ungebrochen und die Nachfrage nach modernen Sanitärprodukten ist hoch. In der Theorie erfüllt die Superplan Zero alle Anforderungen. Aber wie sieht es mit der Praxis aus? Sandra, du bist Anlagenmechanikerin SHK, seit vielen Jahren im Beruf. Was ist aus Handwerkssicht das Wichtigste bei der Badinstallation? Vor allem kommt es auf die Effizienz an. Deswegen benötige ich zeitsparende Lösungen und Produkte, die intelligent und kompatibel miteinander zu verbauen sind. Die sichere Installation ist das A und O, damit die Kunden immer glücklich mit ihrem Bad sind. Ich habe die Superplan Zero schon einige Male verbaut und bin mit dem Ergebnis immer total zufrieden. Hier habe ich eine Superplan Zero in der Abmessung 90 x 140 cm installiert. Die großen Abmessungen werden ja immer beliebter. Dazu dann den Fußrahmen für eine einfache bodenebene Installation. Hier sieht man gut die geringe Aufbauhöhe im Vergleich zum Estrich. Die Füße des Fußrahmens kann ich einzeln einstellen und so habe ich nun eine perfekte ebene Oberfläche. Das heißt, die Superplan Zero erfüllt nicht nur alle Anforderungen in der Theorie, sondern sie besteht auch den Praxistest auf der Baustelle. Fachhandwerker, Fachhändler und Architekten sind für Caldewey das wichtigste Bindeglied zu den Bauherren. Für eine gute Beratung, Planung und Umsetzung sind daher die technischen Daten und eine einfache Montage das Wichtigste. Lieber Holger, was ist entscheidend bei der Installation einer bodenebene Duschfläche? Das würde ich gerne von dir als Tech-Experten wissen. Also ganz wichtig ist, einmal eingebaut fällt sie nicht mehr auf. Durch die Eckradien von R8 können wir die Fuge auf ein Minimum reduzieren. Je weniger Silikon benötigt wird, desto moderner das Endergebnis. Der wandnahe Ablauf ist hier besonders gut zu erkennen. Durch das integrierte Gefälle wird das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet. Aber dadurch, dass man nicht auf dem Ablauf steht, hat man ein deutlich sicheres Standgefühl. Hier haben wir die KA90. Diese gibt es in verschiedenen Varianten. Hier in der Variante mit 100 Millimetern Gesamtaufbauhöhe inklusive Superplan Zero. Und das in jeder Größe der Duschfläche. Zum Einbau auf den Rohfußboden kann man unsere Rahmensysteme ESR oder auch FR verwenden. Zum Einbau in der Estrich-Variante nimmt man unseren Träger extra flach und unser Ablaufgarnitur flach. Die bekannten Installationszubehöre sind alle kompatibel mit der Superplan Zero, sodass kein Umlernen oder Neulernen erforderlich ist. Revolutionäre Eigenschaften, minimalistisches Design, neue Produktionsprozesse und eine einfache Installation. Aber wie kommt die Superplan Zero weltweit zu Ihnen? Ich bin jetzt an unserer neuen, hochmodernen Verpackungsanlage. Hier werden alle unsere Produkte verpackt. Natürlich auch die Superplan Zero. Mit über 50 Abmessungen in über 20 Farben bieten wir die maximale Flexibilität für jeden Kundenwunsch. Ergänzt um die rutschende Oberfläche Secure Plus und Perleffect bieten wir für jedes Projekt das passende Produkt. Und in dieser Verpackung kommt die Superplan Zero ab sofort zu Ihnen. Hier aus unserem Logistikcenter im Herzen Deutschlands versenden wir unsere Produkte in die ganze Welt und sind in den besten Hotels und Wohngebäuden zu Hause. Seit langem sind wir Partner der weltweiten Luxushotellerie und der renommiertesten Planungs- und Designbüros. Wir sind stolz darauf, dass Abermillionen Menschen unsere Produkte und Systeme seit über einem Jahrhundert nutzen und uns vertrauen. Neben der Flexibilität, Verlässlichkeit, Innovationen und den Vorzügen der Materialität werden insbesondere unsere Vorreiterrolle hinsichtlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung geschätzt. Denn wie gebaut wird, bestimmt wie wir leben. Wir alle, die wir in der Immobilienwirtschaft agieren, tragen eine große Verantwortung für die Umwelt, Gesellschaft und vor allem für die nachfolgenden Generationen. Mit uns planen, bauen und verwirklichen Sie zukunftsfähige Traumbälder in allen Preiskategorien. Denn unsere Maxime, Caldewey-Lacstainability, verbindet Luxus und Nachhaltigkeit in einer ehrlichen und leistbaren Weise für jeden Menschen. Caldewey geht für Sie jedoch noch einen Schritt weiter. Denn mit der neuen Kampagne der Superplan Zero tauchen wir ein in die Welt der darstellenden Kunst. Und das tun wir mit keinem Geringeren als mit Brian Adams, dem weltberühmten Musiker und Fotografen. Wie emotional das Erlebnis auf der Superplan Zero sein kann, das sehen Sie nun in der Weltpremiere der Kampagne, in der wir Sie auch mit hinter die Kulissen nehmen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, schön, dass Sie dabei waren und damit Film ab! Und dann, können Sie dieозмotren, persönliche sahne und responderlen werden." Hi, mein Name ist Tatjana. Hi, ich bin Frederico. Hi, mein Name ist Ariel. Hey, mein Name ist Arielle. Das ist Marc Gautier. Dancing is this universal artform that just through body movement you can bring someone to laugh, someone to cry. It's magic really. So for me dance is the greatest artform ever. So today is quite exciting because when do you get a chance to make a photo shooting with Bryan Adams of course and it's gonna be nice to finally dance under a shower and being filmed, not just at home, in my own shower. Dancers are gonna be back on stage soon. It's really, really exciting and you can just feel the energies in the studio now that people have a goal to reach and we have show dates, we have things like that so you're not just kind of mindlessly training and you have those dates to get back on stage and perform like we all love to do. I think dance gave me this possibility of traveling around the world which I think is awesome and to get to meet people from everywhere and like different cultures. Just finished the long shooting day standing under water and standing on greatness. I have to say that this new product from Caldeva is definitely magical.